Guten Morgen! Hi! Es ist ein frischer Winter. Wahnsinn, wo wir jetzt sind in einem riesen Haus mit 500 Roommates und keine Ahnung, die ganze Zeit rausgehen. Dieser neiger Mensch da. Es ist so süssig. Es ist immer Party. Es ist echt cool. Ja, jetzt können wir noch Zeit bleiben. Das ist echt cool. Das ist mega. Heute gehen wir auf die Gateparade. Ja, heute ist es nämlich in Calgary. So sind wir anscheinend perfekt gekommen. Also schauen wir uns auf jeden Raum. Auf jeden Fall! Die Jade stresst schon. Auf jeden Fall! Ciao! Jemand von den Rounden, die 2. fuzzy sich nicht zusammenzero. Du bist genau zu sprechen. Die Möge die Beine haben. Das ist aber nicht deine Hände. Wir werden uns auf jeden Fall haben. Wir haben uns auf jeden Fall aus. Wir werden uns auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Es ist ein deutscher und mexikanischer Ressort. Ja. Wir haben endlich gute Essen. Und es schaut so gut aus. Vegetarian Burrito. Hey, Veggie. Yeah. Bonja ist schon voll brav. Ich fühle sich ja immer noch ein Veggie. So stolz um dich. Ja. Es geht mir überhaupt nicht auf. Es geht mir überhaupt nicht auf. Wir haben 11 Dollar. Und was das noch gekriegt hat? Das war auch schlug. Ich glaube der Stamperl mit dem Stamperl ist mehr drin. Aber der Stamperl kostet 8 Dollar. Ein 안나ussend. Ja. Das ist billiger. Es ist alles so geil. Ich bin wirklich nicht auf dem Weg. Ich bin ganz einfach. Was ist es? Das ist ein Problem. Es ist ein Problem. Es muss auch ganz alles. Es muss auch ganz alles tun. Es muss auch ganz alles tun. Yaaaaaah! Do you have sugar? Das ist schon noch! Das ist schon noch! Das ist schon noch! Super! Das macht ihr heute! See you tomorrow! Hello! Hallo! Einen wunderschönen Nachmittag. Genau! Heute ist der Plan, einmal Blog und Video schnell fertig machen. Ich meine, gebt sich das? Das ist ja Wahnsinn! Oh! Damn! Damn! Ich habe gestern den ganzen Tag gespielt. Äh, den ganzen Abend. Weil da war ja die Megahouse-Party. Keine Ahnung, was eigentlich abgangen ist. Ah! Gewalt! Hi everyone! Schön! Was's up? Wir fahren, clearly. Wir fahren auf einer Range Monday. Hallo! Hallo! Ja! Ja! Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh! 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 Hallo! Hallo! Also heute war irgendwie so ein random Nichts-tut-Tag. Eigentlich wollten wir kurz fahren bei einer Farm, aber dann war das Wetterkacke. Es ist leider besser geworden. Nein, deswegen haben wir eigentlich ewig lange Blog und Video weitergemacht. Und was haben wir noch gemacht? Wir waren einkaufen. Wir waren ein bisschen draußen Fußball spielen. Ja, und das war's eigentlich. Haben nicht viel gemacht. Aber dafür gehen wir morgen wandern. Egal was für Wetter ist. Aber so gehen wir zum Lake Louise. Also das erste Mal im Banff Nationalpark. Alter, das wird mega! Ja! Wir waren am Freitag schon. Ja, wir haben uns echt schon. Ja, wir schlafen gehen. Oh, 14 Uhr. Ja! Passt! Das war's für heute, leider. Passt! Gute Nacht! Gute Nacht! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Wir sind auch weg zum Lake Louise. Das ist eigentlich erst dein Fasch in den Borgrennen. Das erste Mal zu die Mauten. Endlich! Und jetzt war lustige Füchmöglichkeiten aus der Fünfe. Ja, wir freuen uns schon mega drauf. Du bist das für dich. Ja. Aber mehr dazu später! Ja, später werden wir zu sehen. Tschüss! Wir sind jetzt da. Ah, wir sind da! Alles ist so geil. Die typischen Google Bilder entstehen da. Eigentlich ist es genug. Wie kommst du auf das? Oh, das ist geil. Was es das? Was ist das? Was ist das, wenn du mit deinem Freund bist? Ja. Was ist das? Ja... Gute Nacht! Wollte die muss ich sagen, die Antwort betrachten, ist es mein glückende Garten, die weiße Wollern ist. Die weiße Wollern ist meine Wolle. Die weiße Wolle und die weiße Wolle sind. Aber du bist der eine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.